Aortenaneurysma, was ist das? Das ist eine krankhafte Erweiterung der Körperschlagader, die behandlungspflichtig werden kann. Diagnostik? Wir haben verschiedene Bildgebungsverfahren. Wir haben eine Ultraschalluntersuchung, die kann der Hausarzt oder der Kardiologe machen. Entweder als Sonder auf dem Brustkorb oder auch als Schluckecho. Wir haben radiologische Verfahren wie zum Beispiel das CT, die Computertomographie oder auch das Kernspintomogramm. Komplikationen, Gefahren? Eine erweiterte Körperschlagader kann einreißen, auf verschiedene Art und Weise. Das kann lebensbedrohlich sein und behandlungsbedürftig. Danke.